Elektrotechnik Dortmund 2017. Mit dem Claim Charge Up at Home präsentiert die Firma Mannekes Elektrotechnik unter anderem eine Technologie zum Betanken eines Elektrofahrzeugs mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Dafür hat die Firma Mannekes eine Anbindung geschaffen, mit der man praktisch über ein Management-System die Photovoltaik-Energie bestmöglich ausnutzen kann. Die Anbindung sorgt dafür, dass möglichst viel der sogenannten grünen Energie, die vom Dach kommt, also Sonnenenergie, ins Auto reinfließt, weil man natürlich oft auch einen Überschuss hat zu Hause, den man nutzen möchte. Die Anlage selber wird eingebunden in ein Netzwerk, in den Router, muss im gleichen Netzwerk sein wie das Management-System. Dann wird im Grunde eingestellt, ab wie viel Ampere das Auto anfängt zu laden. Hier wird keine Energie aus dem Netz dazu gezogen, sondern es geht wirklich nur um Energie, die vom Dach kommt.